Auf der Kinderstation muss sich Reinigungskraft Kerstin unerwartet große Sorgen um ihren Sohn Leon machen. Der Zehnjährige und seine ältere Schwester sollten eigentlich zu Hause für die Schule lernen, haben sich nach einem angeblichen Spaziergang aber ausgesperrt. Leon, was ist mit dir los? Du bist ganz nass geschwitzt, Leon. Was hast du? Nix. Das sieht mir aber nicht nach nichts aus. Hast du Bauchschmerzen? Auch wenn die Kinder versucht haben, total lässig zu wirken, habe ich direkt gemerkt, dass sie irgendwas zu verbergen haben. Die ganze Geschichte stimmte nicht so ganz, hatte ich das Gefühl, aber das war dann auch erst mal zweitrangig, denn dem Leon ging es ja gar nicht gut. Sollen wir direkt, ich kenne die Magda, er ist da. Ich glaube, das wäre mir gerade lieber, mein Sohn gefällt mir so überhaupt nicht. Ja, das können wir doch gerade mal zwischenschieben. Ja. Hi Magda, hast du einen Moment? Ja, klar. Wir haben hier einen kleinen Notfall. Du kennst doch die Kerstin Schmidt. Ja, klar, hachst du mal hier hin, mein Schatz. Was ist denn los? Guck dich mal hin. Das ist ihr Sohn. Wer ist hier gerade reingekommen? Ja. Das ist die Flöster, hallo. Hallo. Da muss ich mir gleich mal angucken, den Bauch. Ganz plötzlich und keiner, und wovon ist irgendwas passiert? Gar nichts. Gar nichts. Ist er gehauen worden? Nein. Sag mir jetzt, was passiert ist. Er war ganz normal zu Hause, heute Morgen ging es ihm noch gut, ja? Auf einmal hat er solche Schmerzen ausgegangen. Besonders gegessen, getrunken, irgendwas ausgespürt. Ja, wir haben den Schlüssel drin gelassen. Darf ich dir mal deinen Bauch angucken? Nein. Ich muss aber doch mal deinen Bauch untersuchen. Hat er Angst vor Ärzten? Sonst nicht so anders, sonst keine Angst vor Ärzten. Zeig der Ärzte bitte deinen Bauch. Ich wollte ihn natürlich gleich einmal untersuchen. Das hat er aber absolut abgewährt. Er war fast panisch und wollte mich nicht an seinen Bauch lassen. Dann passierte allerdings etwas, was seine Mutter und seine Schwester und ihn selber auch sehr geschockt hat und was uns zu schnellem Handeln gezwungen hat. Das ist ja Blut. Das ist ein blutiges Erbrechen. Blutabbrechen gilt so als Leitsymptom von Blutungen im oberen Gastrointestinaltrakt, das heißt also in der Speiseröhre, im Magen. Das heißt, es ist immer höchste Eisenbahn geboten und wir mussten sofort handeln. Komm, ich muss mal deinen Bauch jetzt angucken. Du musst mir wirklich mal deinen Bauch zeigen. Ich kann dir sonst gar nicht helfen, wenn ich deinen Bauch nicht untersuchen kann. Oh, hier hat er ja einen großen Bluterguss. Hier ist ja ein Hämatom. Das tut aber bestimmt sehr weh, ne? Ja. Komm, pass mal auf. Ich fühl mal ganz vorsichtig deinen Bauch. Oh, der hat auch eine Abwehrspannung. Also das ist ein akuter Bauch. Als ich das Hämatom das erste Mal gesehen habe, habe ich erst gedacht, naja, vielleicht ist es auch irgendwie eine Kinderprügelei gewesen, mit den Nachbarsjungs mal einer zu fest gehauen. Aber das war so groß, dass ich eigentlich wusste, da muss mehr dahinter stecken. Ich mache jetzt mal einen Ultraschall von deinem Bauch. Das tut nicht weh. Ich mache es ganz, ganz vorsichtig, ja? Ich versuche nicht so doll zu drücken, aber wir müssen einmal gucken, was mit deinem Bauch los ist. Sag mal, aber irgendwas muss doch da passiert sein. Man hat doch nicht von alleine so einen dicken blauen Fleck auf dem Bauch. Ist da irgendjemand vielleicht gehauen oder gebrochen? Oh. Irgendwas passiert? Habt ihr Ärger gehabt? Nein. Gar nichts? Ich sehe freie Flüssigkeit im Bauch. Er hat ein dickes Hämatom. Der Bauch ist sehr, sehr, sehr druckschmerzhaft. Also das ist eindeutig ein akuter Bauch. Wir müssen ihn sofort in den OP bringen. Hier muss man eben eine Milzruptur, eine Leberruptur oder eben auch wie in diesem Fall eine Magenruptur ausschließen bzw. dann eben entsprechend behandeln. Wir können. Wir wissen Bescheid. Gut. So. Kassi. Du kannst das mit. So. 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 tatsächlich beunruhigende Andeutungen. Und wie hast du dir diese Verletzung da am Bauch zugezogen? Ich will das nicht sagen, weil meine Mutter wird dann bestimmt ganz traurig und böse auf mich sein. Und ich will das halt nicht jetzt sagen. Oh, ja gut, vielleicht reden wir nachher nochmal drüber. Oder mal gucken, ob das vielleicht doch gut ist, wenn du das erzählst. Aber jetzt reden wir weiter über deine OP. Und da kommt jetzt die Spritze und dann kannst du dir einen Traum aussuchen. Hast du dir schon einen ausgesucht? Eishockey. Und Eishockey? Wolltest du das gerne mal spielen? Ja. Okay, dann musst du dir das gleich aussuchen. Während der Notoperation herrscht banges Warten bei Mama Kerstin, die bezüglich Leons Geheimnisses weiter im Dunkeln tappt. Schwester Luisa will ihrer Kollegin unbedingt helfen und erfährt dabei von einem schwelenden Konflikt in der Familie. Luisa, hast du irgendwas von Leon aus dem OP gehört? Leider noch gar nicht. Das kann doch nicht sein, dass das so lange dauert. Und ich will wissen, was da los ist. Ach Mann. Ich habe so Angst. Ja, das glaube ich. Pass auf, willst du gerade mitkommen? Ich habe eh gerade nur ein paar Minuten Freiraum. Selbstverständlich ist es was ganz anderes für uns, wenn Kollegen oder Freunde hier sind oder eben die Kinder betroffen sind. Und so ging mir das auch bei der Kerstin, denn ich kenne sie schon lange. Und sie war so aufgewühlt und besorgt, deshalb habe ich kurz Pause mit ihr gemacht und noch beunruhigender wurde es, als dann plötzlich ihr Handy geklingelt hat. Kann ich irgendwas tun? Kann ich dich gar nicht gefragt, ob du das trinken willst? Alles gut, Mann. Leon? Nein, es muss sein. Es muss sein. Aber komm mal. Hallo? Wer sind Sie? Gefunden? Okay. Wo haben Sie das gefunden? Okay. Vielen Dank. Ich komme es später abholen, ja. Auf Wiederhören. Jemand, der Leons Handy gefunden hat im Schwimmbad. Du sagst mir jetzt bitte, was los war. Sag mir bitte, dass ihr nicht im Schwimmbad wart. Doch, wir waren im Schwimmbad. Aber warum denn nicht? Du verbietest uns doch alles. Ihr könnt doch nicht einfach heimlich ins Schwimmbad gehen. Als es dann hieß, dass sie bei einem Schwimmbad waren, da ist die Kerstin ja total durchgedreht, total aufgelöst gewesen. Ich musste sogar helfen und eine Hyperventilationsmaske holen. Da habe ich mich gefragt, das ist doch nicht so ganz normal. Ich meine, Kinder gehen ins Schwimmbad. Die beiden können schwimmen. Wieso ist man dadurch so aus der Bahn geworfen? Dürfen Sie wirklich nie ins Schwimmbad? Nein. Manche einfach zu große Angst hat, dass was passiert. Ich kann das nicht nochmal. Ihr dürft doch mit mir gehen. Aber ihr könnt doch schwimmen, oder? Ja, sogar sehr gut. Hey mal, Schatz. Bevor es Leon und ich gab, hatte ich schon mal eine Tochter. Das ist 13 Jahre hier. Die hat, ähm, die hat mit drei Jahren hat sie einen Unfall gehabt und ist im Planschpecken oder im Pool von der Nachbarin ertrunken. Oh Gott. Warum hast du mir das nie erzählt? Ich konnte es einfach nicht. Ich kann da bis heute nicht drüber reden, Schatz. Aber deshalb bin ich so streng zu euch. Deshalb habe ich so viel Angst. Und dass sich Leon verletzt hat und eine Lebensgefahr ist und dass es schon wieder im Schwimmbad passiert ist, das holt mir gerade alles hoch. Das kann ich verstehen. Oh Mann, es tut mir so leid. Die Geschichte von dem Verlust von der dreijährigen Tochter, von der Kerstin, die hat mich schon ganz schön mitgenommen. Das ist wirklich nicht einfach, sowas zu hören, vor allen Dingen von einer Kollegin. Ja, natürlich erklärt das aber auch viel, weshalb sie jetzt so besorgt war, weshalb die nicht ins Schwimmbad gehen sollen. Es tut mir leid, dass ich es euch nicht erzählt habe, Schatz. Aber ihr seid ja auch noch nicht so groß. Ich wollte euch damit nicht belasten. Doch nun macht sich Mama Kerstin Vorwürfe, weil Leon wohl wegen ihrer traumatischen Sorge seine lebensgefährliche Verletzung verheimlichte. Was dem 10-Jährigen im Schwimmbad zugestoßen ist und ob seine OP erfolgreich war, zeigt sich hoffentlich bei der Visite. Ui, hier sieht das ja super aus bei dir. Schön. Wir haben alle auf Station gesammelt und haben dann ein bisschen das Zimmer geschmückt. Ich hoffe, es ist nicht so viel. Das sieht ja super aus hier. Und ich habe auch eine gute Nachricht. Also die Operation ist gut verlaufen. Er hatte einen Magenriss. Der konnte aber gut vernäht werden. Und wir haben den Bauch dann noch gespült. Und das ist also alles sehr gut verlaufen. Und das muss aber durch eine Gewalteinwirkung, durch ein stumpfes Bauchtrauma, irgendwie muss das passiert sein. Wir hatten ja nun die Operation erfolgreich abgeschlossen und Leon ging es auch schon wieder gut. Allerdings war es noch völlig unklar, was überhaupt die Ursache für diese Magenruptur war. Das kommt nicht von alleine, so was. Also es ist auch sehr selten. Im Normalfall meistens die Leber und die Milz betroffen. In seinem Fall war es jetzt der Magen. Aber da muss irgendwas gewesen sein. Magst du mir das denn jetzt vielleicht mal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Na gut, ich schimpf auch nicht. Aber nicht sauer sein. Nein, versprochen. Und ich schimpf nicht. Ich will einfach nur wissen, was los war. Im Schwimmbad bin ich vom 10-Meter-Turm gesprungen. Ach du Schimpf. Weil die Jungen, meine Freunde da, haben gesagt, wenn ich mich nicht traue, bin ich ein Angsthase und ein Müttersöhnchen, weil ich ja auch nie alleine dahin darf. Und dann bin ich gesprungen und habe einen Bauchklatscher gemacht. Ach Schatz, das tut mir so leid. Oh je, das hat aber bestimmt wehgetan. Der Bauchklatscher aus 10 Meter Höhe, das passt eindeutig zusammen. Mensch, da hast du aber Glück gehabt. Das hätte ganz anders ausgehen können. Da hast du wirklich ganz, ganz großes Glück im Unglück gehabt. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen meine Schuld. Ja, gut. Ich glaube, ich war einfach zu streng mit euch, die zwei. Auch wenn es mir schwerfällt. Ich habe halt Angst um euch, weil ich euch so lieb habe. Aber ich verspreche euch, ich werde in Zukunft nicht mehr so streng sein und euch mehr vertrauen. Weil natürlich will ich auch nicht, dass ihr mich dann anlügt, weil ich euch irgendwas nicht erlaube. Sicherlich ist es für Eltern immer sehr, sehr schwer, ihre Kinder alleine zu lassen und sie eben draußen spielen zu lassen oder alleine in den Schwimmbad gehen zu lassen, alleine in den Straßenverkehr gehen zu lassen, weil man natürlich immer Sorge hat. Ich habe selber vier Kinder und weiß, wie schwer das ist. Aber letztendlich ist es nicht sinnvoll, die Kinder zu sehr einzuengen. Und hier muss man einfach den goldenen Mittelweg finden. Und jetzt sind wir erstmal alle ganz froh, dass die Operation so gut verlaufen ist. Und du hast so ein tolles Zimmer, bleibst noch ein bisschen bei uns. Ja, ich komme dann später nochmal nach dir gucken. Aber erstmal für das Erste sind wir sehr zufrieden. Leon ist dank der Notoperation vollständig genesen. Mama Kerstin hat den tragischen Tod ihrer ersten Tochter mit therapeutischer Hilfe aufgearbeitet und dabei gelernt, ihren Kindern unbesorgt mehr Freiraum zu geben.